Das Thema, was wir abgesprochen hatten, Gleichgewichtsgeld und Grundeinkommen, ein neues Geldsystem für das BGE? Fragezeichen. Und ja, ich steig mal ein gleich mal. Hier ist mal meine Agenda. Zunächst mal möchte ich was zu Strukturalternativen und Marktwirtschaft sagen, um es einzuordnen, auch so ein bisschen größeren Rahmen, was auch dazu dient, was ist wie anschlussfähig. Also weil, ich kann mir durchaus eine geldfreie Gesellschaft vorstellen. Also das ist für mich durchaus was, was im kleinen Kontext schon heute funktioniert. Machen wir ja auch, ist ja auch so. Aber vielleicht sogar im Größenkontext mal funktionieren könnte. Hat was damit zu tun, wie wir, ist ja eine Sozialtechnik, wie wir damit umgehen und wie wir sozusagen auch mit neuen Technologien wie Internet, die bieten ja auch neue Möglichkeiten, ist denkbar. Ich möchte aber anschließen an dem, was wir jetzt sozusagen vorfinden. Dann möchte ich was zur Eigenschaft des herrschenden Kredit- und Schuldgeldes sagen, weil das vielen auch nicht so bewusst ist. Dann auf diese alternative Gleichgewichtsgeld eingehen. Danach zur Kaufkraft des Basiseinkommens. Ist jetzt schwer zu verstehen, was das ist. Dann geldpolitische Diskussionen anknüpfen. Also an das, was gerade so aktuell, weil ich bin ja so in beiden sozusagen. Und dann kommst du wegen Ungeld-Reformszene und versuch das ja hier ein bisschen zusammenzuführen. Einen möglichen Transformationsfall. Es gibt mehrere. Ich habe mich hier für diesen europäischen entschieden, weil das jetzt ja auch der Anlass ist vor der Europawahl. Ja, und dann zum Fazit kommen. Okay, steigen wir mal ein. Also erstmal zur Struktur, Alternative und Marktwirtschaft. Es gibt hier so eine Grundstruktur-Hierarchie. Das ist eigentlich die, aus der wir kommen. Also nicht ursprünglich, aber was wir so in den letzten Jahrtausenden, muss man schon sagen, erlebt haben. Und dann gibt es so etwas wie dezentrales Netzwerk. Ja, das sind einige Charakteristika der Hierarchie. Das ist halt erstmal ungleiche Teilhabe, eine Abhängigkeit, weil meistens die auf tieferen Ebenen von denen auf höheren abhängig sind. Und eben Steuerung und Kontrolle, unter anderem durch Zentralisierung von Informationen. Also das ist auch etwas, was häufig in Großkonzernen so stattfindet, dass sich, sage ich mal, diese oberen Strukturen durch Vorenthalten von Informationen im Prinzip stabilisieren. Und dadurch gibt es dann halt Machtausübung. Und im Prinzip ist unser Staatsaufbau ja auch ähnlich. In der repräsentativen Demokratie haben wir irgendwie auch eine Hierarchie. Und ja, eine Alternativstruktur ist dezentrales Netzwerk. Das, was das Internet technisch mal war, sage ich mal. Weil das Internet ist inzwischen durch den Kapitalismus auch eigentlich so umgebaut worden. Nämlich eine chancengleiche Teilhabe, eine relative Unabhängigkeit. Natürlich ist man hier verbunden und wir brauchen uns ja auch gegenseitig. Das ist ja auch wichtig. Ja, und eben eine Selbstorganisation durch dezentral verfügbare Informationen. Und dadurch eine relative Freiheit. Ich meine, absolute Freiheit gibt es wahrscheinlich sowieso nicht. Aber zumindestens sowas wie Freiheit ist da lebbar. So, und jetzt kommen wir auf die schon gestern häufig kritisierte Tauschwirtschaft. Es ist ja so, dass sozusagen im Idealfall, in der idealen Marktwirtschaft im Prinzip, haben wir hier die verschiedenen Menschen sozusagen, die dann im Prinzip Waren und Dienstleistungen austauschen. Das sind diese schwarzen Pfeile und das Geld fließt entgegen. Ja, und man begegnet sich eigentlich im Idealfall auf einem neutralen Marktplatz. Ja, also wo nicht sowas wie Amazon, wo dann halt der Marktplatzbetreiber ausspioniert, was läuft denn gut und es dann selber verkauft. Sondern eigentlich sollte das was Unabhängiges sein, was eigentlich auch ein Gemeingut. Also das ist ein Beispiel dafür. Der Marktplatz selber kann nicht marktwirtschaftlich eigentlich organisiert sein, sondern er muss im Prinzip als Gemeingut zur Verfügung gestellt werden. Und es gibt eine Art Selbststeuerung durch Preisbildung über Angebot-Nachfrage-Relationen. Das ist, wie gesagt, ein idealisiertes Bild. Und das ist natürlich extrinsisch und so weiter. Das ist auch klar. Also das hatten wir ja gestern. Und wir können auch nachher gerne darüber diskutieren. Ich wollte nur mal zeigen, dass im Prinzip eine dezentrale Netzwerkstruktur mit diesem Prinzip eigentlich realisierbar ist. So, und was sind Vorteile? Also im Idealfall, und das haben wir natürlich alles nicht, ist das Hierarchiefrei und es gibt auch eine Begegnung auf Augenhöhe. Wir haben wenig Bürokratie, keine starren Strukturen. Es gibt eine Autonomie, also im Prinzip so eine Dezialität in Verbindung mit dem Gesamten. Kann man leben. Eine hohe Flexibilität, Innovation, Kreativität, Offenheit, Freiheit, Wettbewerb und Kooperation. Also beides durchaus, beobachtet man durchaus zum Teil heute. Und es kann auch eine Vielfalt. Es gibt noch weitere Punkte. Ich will jetzt auch gar nicht so lange an diesem Punkt mich aufhalten. Warum ich das hier auch bringe, ist sozusagen, dass ich glaube, dass in der heutigen Form sozusagen, es wird immer geredet, wir leben in einer Marktwirtschaft. Ich denke, wir leben nicht in einer Marktwirtschaft. Aber es ist zumindest, wenn man politisch argumentiert, wird einem da, sage ich mal, von dem mächtigen Lager, was wir haben, eigentlich kaum Widerspruch kommen. Also gegen Marktwirtschaft sind die ja nicht, sage ich mal. Wir wissen nicht, was es ist. Richtig. Aber es ist schon spannend. Also dieser Begriff ist ja besetzt und der wird positiv da konnotiert. Und wenn man da ansetzt, finde ich, es ist ein gutes Einfallstor, um vielleicht auch eine neue Idee zu verkaufen. Okay. So, was sind aber Voraussetzungen? Und da sehen wir schon, dass es halt heute nicht erfüllt ist. Also für mich ist sozusagen Voraussetzung, also die ideale Marktwirtschaft braucht halt Chancengleichheit und Freiheit irgendwie. Und wir brauchten eigentlich auch die Selbstregulation mit Hilfe von Preissignalen auf transparenten und neutralen Marktplätzen. Das heißt, die Information muss auch frei fließen und so weiter. Wir brauchen Handlungs- und Entscheidungsfreiheit unabhängiger Menschen. Also das ist natürlich auch nicht realisiert. Und speziell Chancengleichheit heißt halt auch Chancengleichheit Zugang zu Märkten, zu Geld, zu Informationen, Daten, zu natürlichen Ressourcen, zu Produktionsmitteln. Und ihr seht schon, das ist alles nicht realisiert. Also in der Realität werden diese Voraussetzungen halt nicht erfüllt. So, und jetzt speziell, weil ich jetzt auf Geld gehe, was sind denn Anforderungen, die ans Geld gestellt werden in einer Marktwirtschaft? Also zunächst mal diese Eignung zur Selbstregulation, weil das hatte ich ja vorhin gesagt, das Geld ist ja das, was da sozusagen diesen Waren und Diensten entgegenfließt. Und das ist eigentlich ja dieses Informationsmittel. Und dazu muss zum Beispiel, weil die Steuerung soll über Angebot und Nachfrage erfolgen, das heißt also, das Geldsystem darf eigentlich nicht in Angebot und Nachfrage eingreifen. Weil sonst stört ja das System, was es eigentlich vermitteln soll, und das eigentliche, was da dahinter steht, ist ja nur ein Hilfsmittel. Und es muss auch so etwas wie negative Rückkopplung geben. Das heißt, positive Rückkopplung ist ja dieses, ich spreche hier in das Mikrofon rein, halte das vor den Lautsprecher und dann wird es immer lauter. Also da gibt es keine Bremse. Also das ist sozusagen positive Rückkopplung. Das heißt, wenn ich eine Heizung so hätte, die würde immer nur funktionieren, indem ich es wärmer mache. Ja, also da gibt es nur Antreibende und keine bremsenden Effekte. Und ich brauche aber, um Systeme in der Zeit zu stabilisieren, das ist einfach Regelungstechnologie sozusagen, wie es die Natur auch macht, ja, oder wie man eine Heizungssteuerung macht, ja. Ich muss immer was Antreibendes, was Bremsendes haben. Das ist negative Rückkopplung, ja. Also das ist eine wichtige Voraussetzung. Dann brauche ich auch die störungsfreie Zahlungsmittelzirkulation. Also wenn sich da langfristig das Geld irgendwo aufstaut, ja, und dann nicht mehr zur Verfügung steht als Tauschmittel, was es wirklich in der historischen Konstruktion auch nicht ist, ja, dann habe ich auch ein Problem. Und letztendlich, und das kommt aus der Neoklassik, ja, das ist eine Forderung wirklich der Neoklassik, also im Prinzip, wo ja der Neoliberalismus drauf aufbaut, es braucht eine Verteilungsneutralität und Neutralität im Austausch. Also das Geld muss sich im Austausch neutral verhalten, ja. Ja, und es braucht natürlich diese Chancen, sonst hatte ich vorhin die Chancen, gleich einen Geldzugang. Es gibt noch ganz viele andere Sachen, Wertmaßstaben, und das habe ich jetzt alles nicht drauf. Ich will euch auch nicht überfordern hier oder uns mit der Zeit. Deshalb ein paar Punkte. Und ja, jetzt gucken wir uns das mal an. Wie funktioniert unser heutiges Geld? So, das funktioniert so, wir leben in einem Kreditgeld. Das heißt, es gibt einen Kreditnehmer und es gibt eine Geschäftsbank. Und das Geld wird geschöpft über Kredit. Das heißt also, jemand hat hier eine Idee. Also irgendwie hat der Kreditnehmer eine wirtschaftliche Aktivität vor. Meistens ist es so. Haus bauen, Unternehmen gründen, irgendwas Wirtschaftliches. Also das ist der Anfang. Eine wirtschaftliche Aktivität. Dann sagt die Geschäftsbank, okay, akzeptiere ich. Da wird ja Businessplan geprüft. Man muss ja die Bänke überzeugen, wenn man da halt, das ist ja auch total subjektiv, weil ich weiß mal, wir wollten mal mit Elektro-Zweirädern, da hatten wir so Geschäftspläne, sind zur Bank gelaufen. Und wir mussten erst mal überhaupt jemanden haben, der uns zugehört hat. Und dann gab es Motorradfahrerinnen in dieser Bank. Und die fand es, weil die Zweiradaffin war, hat zumindest mal zugehört. Aber die konnten sich dann nicht vorstellen, dass wir ein Scooter-Sharing, was es heute in Berlin gibt, das war aber eben so im Jahr 2000, waren wir da. Und da konnten die sich das nicht vorstellen. Wir hatten es halt damals schon die Idee, wurde also nicht akzeptiert, also haben wir auch gar keinen Kredit erst bekommen. Da war das Gespräch schon zu Ende. Okay. Und dann kommt aber noch hinzu, ich brauche hier irgendwie, will die Geschäftsbank hier Zugriff auf Eigentumsrechte haben. Bei der Bank ist es ja klar, beim Hausbauern, kennt vielleicht jeder, der es schon mal gemacht hat, oder Wohnungkauf oder was. Man trägt dann diese Eigentumsrechte, sozusagen behält man zwar, aber der Zugriffsrecht ist sozusagen, ich unterschreibe einen Vertrag, dass, wenn ich nicht zurückzahlen kann, die Bank dieses Zugriffsrecht, also den Zugriff auf die Eigentumsrechte des Kreditnehmens als Kreditsicherheit bekommt. Ja? Okay. Und was passiert dann? Dann schreibt die Bank in ihre Bilanz, und das geht sozusagen auf die oberitalienischen Kaufleute zurück, doppelte Buchführung, schafft diese Zahl, also schreibt sie einfach, also das ist diese Geldscheibe von uns nicht, schreibt sie einfach in ihre Bilanz, und auf meinem Girokonto, ja, nehme ich dann was wahr, nehme ich Zahlen, die halt Geld bedeuten, also Giralgeld, ja, oder Buchgeld, habe ich dann das Geld. Also so entsteht erst mal das Geld. So. Und dann ist es aber so, dass ich tilgen muss, ja, und dann verschwindet das Geld auch wieder, also das heißt, schrittweise wird ja dieser Kredit dann zurückbezahlt, und im Geldspiel haben wir es ja gestern gespielt, wir hatten ja auch Münzen und Scheine, also Buchgeld ist immer ein bisschen schwierig, ist ja ein bisschen abstrakt, ja, wir kennen das ja immer mit den Bargeldgeschichten, und so haben wir es da im Spiel ja auch umgesetzt, ja, aber da habe ich dann immer gesagt, das ist hier das Nichts, ne, also es gab sozusagen so einen Topf des Nichts, und aus dem kam es dann raus, und ist dann auch wieder dahin verschwunden, ne. Und jetzt ist es halt so, es vermindert sich natürlich, dann das Kreditvolumen immer mehr, im Laufe der Zeit, ja, wenn ich so einen Tilgungsplan habe, und dann verschwindet auch vollständig das vorher, mit diesem Kredit geschöpfte Geld. Also es ist ja wirklich so, wir haben im Prinzip, man könnte es Schwundgeld nennen, ja, also das ist halt ein Geld, was ist es halt nicht vom Wert, Nominalwert, aber es ist im Prinzip, es verschwindet, ja. So, und dann will die Bank ja noch ihre Dienstleistung irgendwie bezahlt haben, und außerdem will sie ja auch noch eine Ausfallsicherheit haben, weil andere Kredite fallen aus, also braucht sie so eine Art, ja, Risikoprämie auch noch, ne, also sie braucht sozusagen die Bankenmarge, damit ihre Leute bezahlt werden können, sie haben auch noch, wie gesagt, diese Risikoprämie, und das sind dann diese Geldkosten, ja, und die Zinsannahmen dienen eben im Prinzip, das beides zu finanzieren, ne, also dass die Bank arbeiten kann, und dass andere Kredite, obwohl ja da auch noch die Sicherheiten da sind, aber die erlösen häufig ja nicht unbedingt das, was der Kredit nominal vorher war, und insofern gibt es das auch noch. So, und dann gibt es aber auch gleichzeitig das zurück, ne, also dann kann man auch wieder diese, sozusagen, die Zugriffsrichte werden wieder zurückgegeben. Also ihr seht schon, dass auch dieses Geld sehr stark mit Eigentum verbunden ist, ja, also dieses Geld hängt am Eigentum, ich habe eigentlich kein Geld, also wenn ich meine Arbeitskraft verkaufe, kriege ich es auch, ne, aber ich kriege keine Geldschöpfung, sondern ich kriege dann das Geld von Leuten, die es vorher geschöpft haben, also der Unternehmer klassisch, ne, hat sozusagen, äh, mit seiner wirtschaftlichen Aktivität den Kreditvertrag geschlossen, hat dann die Geldschöpfung, und aus diesem Geld kann er dann seine Arbeitskräfte bezahlen und dann kann er was verkaufen und dann kommt da wieder das Geld, was andere irgendwie über Kredite geschöpft haben und so weiter, ne, also so ist dieses Spiel. So, und jetzt ist es auch interessant, also es gibt auch schuldfreies Geld in diesem System, das nur zur vollständigen Ergänzung, äh, es gibt die Möglichkeit, dass Geschäftsbanken einfach sozusagen, wenn sie sich selber was kaufen, zum Beispiel die Deutsche Bank ihren Bankturm, ne, dann kann sie das einfach in ihre Bilanz reinschreiben, dieses Geld, sie trägt sich zwar da auch praktisch eine Schuld ein, aber das ist im Außen-Nicht-Banken-Welt, es ist einfach Geld, dem keine Schuld in der Nicht-Banken-Welt entspricht, das ist nur in der Bank-Bilanz, ja, also alle Vermögenswerte, die die Banken haben sozusagen und mit Geld außen gekauft haben, dieses Geld zirkuliert in der Nicht-Banken-Welt schuldfrei. Für alles andere Geld gilt, aber Geldvermögen sind im Prinzip die schuldfreien Geldguthaben, das gilt ja immer, ja, also ich hab Vermögen, da ist keine Schuld drauf, weil sonst gehört es mir ja nicht und die Geldvermögen der einen entsprechen die Tilgungsschulden der anderen, ne, also es ist einfach dieses Spiegelbildsystem, ja, wie gesagt, außer dieses Geld, was auch nicht wenig ist, was da die Banken über ihre Vermögenswerte geschaffen haben, aber das ist ganz interessant, weil ich hab das Zitat jetzt hier nicht drin, weil da gibt es so ein Zitat aus dem Gedicht Alphabet von Berthold Brecht, wo auch Hitler kritisiert wird in diesem Gedicht und da gibt es so eine Passage, die irgendwie so heißt, ich kann es jetzt nicht wortwörtlich wiedergeben, trifft der Arme den Reichen und sagte bleich, wär ich nicht arm, wärst du nicht reich, also da ist genau dieses Prinzip drin, dieses Schuldgeldprinzip, ne, und deshalb ist es auch so, ich kann nur reich sein, wenn ich andere arm mache oder ich kann nur reich werden, wenn ich andere arm mache und das ist ganz interessant, ich hab mal irgendwie so Diskussionen, gibt es ja immer mal so von vermögenden Leuten, die gesagt haben, ne, das ist ja wie in der Gesundheit, nur weil ich jetzt gesund bin, sind ja nicht andere krank, ne, aber nee, so ist es eben nicht, also weil ich reich bin, sind andere arm, es ist wirklich so, das ist in diesem System leider so verknüpft. Okay, und wie erfolgt jetzt die Umverteilung? Wir haben jetzt mal hier, das kennt ihr ja vielleicht, diese Einordnung nach den Zielen, also man teilt die Gesamtbevölkerung in 10% Scheiben, ja, und hier haben wir die Einkommensärmsten und hier haben wir die Einkommensreichsten, ja, so und jetzt ist hier mal gezeigt, also wie praktisch durch Zinsen und Renditen umverteilt wird, also ich hab hier so ein Einkommen, das ist hier dieses Grüne, was nach oben geht, was positiv ist, es sind hier Zahlen exemplarisch, ja, also ich hab, es ist einfach nur ein Prinzipbild, das könnte man dann, weil es ist mal schwierig, die Sachen zu erfassen, ne, weil das ist, da gibt es ja sozioökonomisches Panel vom DEW, ist alles nicht so einfach und der Herr Grabka, der beschäftigt sich im DEW damit und den hab ich auch schon mal gehört, ne, unter Zahlen zu kriegen und so, man kann eines kriegen, aber vieles ist halt nicht so klar, ja, bei Einkommen ist es häufig noch einfacher als bei Vermögen, ja, weil wir haben ja keine Vermögensteuer mehr in Deutschland, deshalb wissen wir auch nicht, wie hoch sind die Vermögen, aber so grob kann man was sagen, aber auf alle Fälle gibt es dieses Prinzipbild, das stimmt, es ist halt so, ich hab ein Einkommen und dann gebe ich ja auch wieder was aus, ja, also ich muss ja konsumieren, das ist ja das im Kapitalismus, also ich hab ja kaum noch Subsistenzwirtschaft, also muss ich sozusagen, mein täglich Brot, brauche ich Geld dafür, ne, so und jetzt ist es halt so, dass in diesen Preisen sind natürlich die Vermögensrenditen, also die Geldkosten, die Zinsen, aber auch andere Vermögensrenditen drin, ja, also wenn ich Miete zahle, das ist ja besonders extrem, deshalb wissen die Leute das auch intuitiv, Wohnungseigentum ist schon was Tolles, weil man sich dann sozusagen entledigt von diesen Kosten, ich meine, wenn man es selber natürlich kauft, am Anfang habe ich die ja selber, ne, ich muss ja auch Zinsen an die Bank zahlen und so, aber es ist schon intuitiv so, dass ich sage, okay, ich schaffe mir Wohneigentum, dann habe ich in meinem Miet, der Mietzins besteht zum großen Teil, da ist der Anteil sehr hoch, bei so einem Mineralwasser ist es dann schon geringer, man redet aber davon, dass im Durchschnitt 30 bis 40 Prozent über alle Konsumbereiche sozusagen in den Preisen wirklich im Vermögensrenditen, also Zinsen, andere Renditen drin sind und das ist hier dieses, jetzt mal symbolisiert durch dieses Rote, ja, das ist der Anteil in den Preisen, so, und jetzt ist es halt spannend, weil, die Hälfte hat gar keine Geldanlagen oder Vermögenswerte, ja, und es fängt erst an in der oberen Hälfte, hier ist schon ganz dunkelgrün, das sind Einnahmen aus Zinsen beziehungsweise Renditen, ja, es fängt also hier an, ganz wenig, das wächst und hier ist jetzt die Differenz gezeigt und das Zinssaldo ist das, ja, also ich habe Einnahmen aus den Zinsen und Renditen hier, die steigen ja mal an und bei den 20 Prozent der Reichsten gibt es ein positives Saldo, also das heißt, über diese Form, wie wir unsere Wirtschaft organisiert haben und konsumieren müssen wir alle, wir müssen alle ja essen, wohnen und so weiter, findet eine Umverteilung von der armen Hälfte zur reichen Hälfte statt, aber das Spiel ist auch nur ein positives Spiel für die obersten sozusagen 20 Prozent und deshalb rede ich auch gerne, wenn es um Grundeinkommen geht, von Rückverteilung und nicht Umverteilung, weil es ist eigentlich, hier findet die Umverteilung statt und wenn ich dann sowas mache wie ein Grundeinkommen, mache ich eigentlich nur eine Rückverteilung, ja, finde ich ganz spannend, weil dann ist man nicht so in dieser Defensive, finde ich, ja, weil wenn man immer von Umverteilung redet, sagt man, ja, das eine ist der natürliche Zustand und ich, ne, es ist eine Rückverteilung, weil das ist für mich kein natürlicher Zustand, okay. Also in allen Preisen sind Geldkosten, Zinsen und Renditen enthalten, so erfolgt den Konsum eine Umverteilung von Arm zu Reich, ja, bei der die Vermögen insgesamt natürlich immer weiter ansteigen und das führt eben auch zu zunehmender Konzentration und Hierarchiebildung, also Ungleichverteilung, wenn man das reichste eine Prozent da, ne, da ist es noch viel extremer, vielleicht kennt ihr ja diese Kurven auch und die mittlere Vermögensrendite in einer Volkswirtschaft ist sozusagen ein wichtiger Umverteilungsparameter, also wenn man sich sozusagen die gesamte mittlere Vermögensrendite in der Volkswirtschaft anguckt und die positiv ist, dann wirkt die eigentlich immer umverteilend. Wenn die null ist, ja, dann wäre es sozusagen, würde sie nicht viel ändern. Wenn die negativ ist, deshalb leben wir eigentlich in gar nicht so unspannenden Zeiten, ja, es wird ja immer gemeckert, ne, wir haben, oh, unsere Rente und das jetzt mit dem Nullzins ist alles schwierig und so, aber in Wirklichkeit, wenn die Vermögensrendite, sie wird jetzt über andere Sachen gemacht, ne, über die Immobilien und so weiter, deshalb ist die mittlere Vermögensrendite die sind nicht unbedingt jetzt negativ, ja, aber wenn sie insgesamt negativ wäre, dann wäre das eigentlich so eine Art Dekonzentration, dann würden also eigentlich die Reichen enteignet und die Armeren weniger enteignet. Also das ist vielleicht spannend, dass man da mal hingucken muss, also diese Gesamtvermögensrendite. Und sowas würde ich mir halt mal auch in volkswirtschaftlichen Gesamt, also wenn die Volkswirte irgendwelches ausweisen, würde ich mir so eine Größe mal wünschen, habe ich aber so noch nicht gesehen, ja. Also wir reden immer über Bruttoinlandsprodukte und so Sachen, aber das finde ich mal spannend. Okay, und jetzt mal ein bisschen die aktuelle Situation in Deutschland. Oxfam macht ja immer kurz vor dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos, machen die ja immer diese Veröffentlichungen über die Verteilungsgeschichten und ja, da ist es jetzt gerade so, das reichste Prozent der Deutschen verfügt über ebenso viel Vermögen wie die 87 ärmeren Prozent der deutschen Bevölkerung. Das ist jetzt so gerade der Stand. Und weltweit ist ja noch viel extremer. Ihr wisst ja, da haben irgendwie, ich glaube, die acht reichsten genauso viel wie die arme Hälfte oder sowas. Also extreme Verhältnisse. Da ist finde ich ganz wichtig, dass man dann wirklich zwischen Einkommen und Vermögen unterscheidet, weil ein hohes Einkommen zu kriegen ist relativ einfach und in den Bereich von Vermögen zu kommen ist fast unmöglich. Weil da auch Erbschaften, also das ist halt auch ganz wichtig, da haben wir dieses Erbschaftsthema und das wird ja auch in unseren Zeiten immer wichtiger. Lotterie. Ja, genau, ganz genau. Das ist so wie die Geburt, hatten wir ja auch gestern. Bin ich jetzt hier oder im Süden geboren oder wo bin ich gerade? Also bin ich gerade ein Quandt-Kind oder bin ich ein, weiß ich nicht, Lieschen-Müller-Kind so ungefähr. Okay. So, und jetzt wollen wir mal kurz überprüfen, also wie gesagt, anhand, ich kann es jetzt auch nicht umfassend, gehen wir mal kurz durch diese Anforderungen, die eine Marktwirtschaft eigentlich ans Geld stellt. Also Unabhängigkeit der Geldschöpfung, Angebot und Nachfrage, na ja, eben genau nicht, weil es ist ja so, also Immobilienkrise war ja auch ein gutes Beispiel, da wurde dann halt wie wild wurden Kredite ausgegeben, weil ja immer die Hoffnung war, das wird ja alles mehr wert und das stimmt ja auch am Anfang, weil es ist ja dann so, wow, die Preise steigen, Nachfrage ist da und so weiter. Also da ist die Geldschöpfung voll abhängig von Angebot und Nachfrage. Ja, und negative Rückkopplung im dynamischen System, ich habe es jetzt nicht mitgebracht, wenn ihr euch die Geldmengenkurven anseht, die gehen immer nach oben. Ja, also da ist, da ist nichts, wird nichts weniger. Es wird zwar Geld gelöscht, aber es wird umso mehr Neues geschöpft. Also das ist schon mal nicht erfüllt. Und ja, die störungsfreie Zahlungsmittelzirkulation, kein langfristiges Aufstauen und Abfließen, naja, wir haben es ja gerade gesehen, Geld kommt, also Geld kommt zu Geld, die ersten Millionen ist die schwerste. Der Volksmund weiß das auch schon alles, das finde ich total spannend, der sagt schon, ja. Also das haben wir leider auch nicht, es staut sich eben auf. Und wir hatten auch in der Historie die Krise damals in der Weimarer Republik, die war im Prinzip, oder vor dem Zweiten Weltkrieg, die Krise, es war schon auch eine Geldsystemkrise, meiner Meinung nach. Andere sehen es ein bisschen anders, ich sehe das aber so. Okay. Dann ja, Verteilungsneutralität, Neutralität im Austausch, haben wir ja gesehen, überhaupt nicht, sondern es ist ja genauso, durch diese Geldkosten, die in den Preisen drin sind, kommt wieder das Geld zu den reicheren, also es auch nicht, also es tendiert wirklich zur Konzentration und Ungleichverteilung. Das ist auch das, was wir sehen, Konzerne werden immer größer, der erfolgreiche wird vom Reichen gekauft irgendwann, ne, diese ganzen nicht-innovativen Firmen kaufen dann halt die innovativen Firmen, also nicht nur die innovativen, sondern die, die dann, wo sich zeigt, die sind jetzt erfolgreich. Also sie werden natürlich erst zu dem Moment gekauft, wo es dann, ja und chancengleicher Geldzugang, wenn ich kein Eigentum habe, kriege ich keinen Kredit, also auch nicht. Also eigentlich, dieses Geld erfüllt überhaupt nicht die Anforderungen an eine Marktwirtschaft, deshalb haben wir auch keine Marktwirtschaft. Okay, und jetzt komme ich zur Alternative Gleichgewichtsgeld. Was ist denn das? Also ich habe das von Martin Finger gelernt, der hat auch die Idee, sein kredere.eu, könnt ihr euch angucken, schon lange, er will versuchen, auf privater Basis praktisch so ein alternatives Geldsystem aufzuziehen. Es gibt auch andere Initiativen, ich habe den Linnenthaler mal kennengelernt, wo ich heute noch nicht ganz genau weiß, ob der das gleiche System benutzt, ja, das ist ein Regiogeld bei Leipzig und es gibt noch zum Beispiel hier den Gradido von Bernd Hückstedt, ja, der auch diese Systematik folgt. Aber ich habe sie sozusagen das erste Mal gehört von Martin Finger, habe dem dann die Bezeichnung Gleichgewichtsgeld gegeben und habe noch, ja gesagt, täglich, aber das ist eigentlich auch egal, ja, also, aber mir scheint es gut, dass man keine Sprünge hat, also, dass man nicht Monate, Wochen oder Jahre nimmt, sondern das Geld entsteht hier nicht über Kredit, also nicht, wenn ich eine wirtschaftliche Aktivität habe, also, das ist sozusagen sowas wie eine extrinsische Geldschöpfung, kommt von außen, also einfach nur, weil Menschen da sind, kriegen sie jeden Tag einen festen Betrag B, ich nenne es hier mal zur Abgrenzung vom Grundeinkommen, dass man das nicht durcheinander bringt, habe ich das hier mal Basiseinkommen genannt, ja, weil es einfach sozusagen für mich dieser Parameter im Gleichgewichtsgeld ist, ja, kriegt den festen Betrag B, jede teilnehmende Person, ich habe mal geschrieben teilnehmende Person, weil wenn es privat ist, sind es alle die, die sich dem privaten System anschließen, wenn es das Staatliche ist, wären es alle Bürger oder wie auch immer, das glaubt, wie beim Grundeinkommen die Diskussion, wer soll es jetzt kriegen, wer ist dabei sozusagen, ja, das ist sozusagen der Treibende, also das ist das, was entsteht, ja, und aber wir haben auch was Vergehendes, nämlich die Tilgung sozusagen, was also im Kredit die Tilgung ist, beim Kreditgeld, ist hier die Geldvernichtung durch Löschung einer festen Prozentsatz der Geldmengen, ja, auch täglich. Also das Lebensprinzip, was wirklich das Lebensprinzip, sind die sogenannten Sättigungskurven, ja, das andere sind exponentielle Kurven, wenn ich nur Vermehrung habe und wenn ich sowas habe, habe ich eine Sättigungskurve und wenn man das jetzt aufmalt, das ist praktisch, kann man ja als mathematische Regel fassen, es gibt auch eine Formel, die mute ich euch jetzt gerade nicht zu und dann bilden sich hier so Kurven, wenn ich hier die Zeit habe, hier unten, ja, und hier die Geldmenge habe und betrachte diese Regel jetzt mal, male die einfach auf, dann entsteht diese Kurve hier. Also, um das mal zu verstehen, warum ist das so? Also wenn wir jetzt haben, sagen wir, wir machen es nicht täglich, sondern monatlich, einfach mal um einfache Zahlen zu haben, 1000 Euro im Monat, ja, würde jeder bekommen und 1% wäre die Löschung im Monat, ja, dann würde ich also im ersten Monat 1000 bekommen und 1% von 1000 sind 10, also hätte ich 900 auf meinem Konto. 990, ja, danke, 990, genau. Jetzt bin ich bei 10.000 irgendwann, ja, ich habe also erreicht, dass ich auf 10.000 bin, von 10.000 1% weg, ne, sind, also dann ist mein Kontostand bei, genau, es wird also 100 abgezogen, davor wurde nur 10 abgezogen, jetzt wird schon 100 abgezogen. Wenn ich dann bei 100.000 bin, sind es 1000, so, dann kriege ich 1000, mir wird 1000 abgezogen, das ist genau die Sättigung, das ist genau das, also das heißt, es ist genau dieses B durch die Löschungsquote, das ist die Grenze, also wir haben hier gesagt, B ist in unserem Fall 1000, die Löschquote ist 1%. Wichtig ist, diese Grenze hier oben ist wirklich einfach, das was ich da monatlich, jährlich oder irgendwas bekomme, geteilt durch monatlich, jährliche Löschungsrate, ja, das ist einfach das, das kann man einfach ausrechnen, so ist es, ja, okay, also wie gesagt, das ist auch interessant, also wenn die Zeit gegen, es wird ja nie erreicht, ne, im Unendlichen schneiden sich diese Kurven da, aber so grob, ne, das kommt ja dem beliebig nah, okay. So, jetzt ist das einfach so, der extrinsisch geschaffene Geldmengeaufbau, also da macht ja keiner eine wirtschaftliche Aktivität, wie bei Monopoly, das Geld ist einfach da, ne, Monopoly hat ja ein Grundeinkommen, das ist ja spannend, und das Geld wird einfach extrinsisch da reingegeben, ist in der Realität überhaupt nicht so, ne, aber hier ist es wieder so und da haben sich auch die Ökonomien schon drüber gestritten, extrinsische Geldschöpfung, intrinsische Geldschöpfung, ja, ich, also das ist extrinsisch, das andere ist intrinsisch. So, und was ist jetzt die Auswirkung der Löschungsrate? Also ich habe jetzt mal verschiedene Löschungsraten und habe normiert, also habe gesagt hier, wenn man das hier nimmt, ich mache die Sättigung so, dass ich immer das B so erhöhe, dass die Sättigung dieselbe ist, ja, also wenn ich die Löschung steigere, die Löschquote steigere, dann mache ich auch bei B was, ja, so, und dann seht ihr, dass in der Zeit einfach dieser Geldmengenaufbau schneller geht, ja, je größer die Löschquote ist, also umso schneller erreiche ich die Sättigung, einfach nur, um es zu verstehen, wie das wirkt, weil eigentlich kann man daraus lernen, die Löschungsquote ist der einzigste freie Parameter im Gleichgewichtsgeld, weil wie hoch es ist, wird sich einfach in den Preisen dann zeigen, wenn wir jetzt so ein Geldsystem hätten und die Gesamtgeldmenge wäre eins, dann würde halt, weiß ich, so ein Stuhl 0,000000 irgendwas kosten, wenn die Gesamtgeldmenge 1000 Trillionen sind, dann kostet dieser Stuhl vielleicht 1000 oder so, ja, also das ist einfach nur, ist halt nur eine Zahl und da wir heute ja im elektronischen Zeitalter leben, habe ich auch nicht mehr das Problem, ich kann ja elektronisch ganz klein oder ganz große Zahlen, ich kann die ja handeln, heute haben wir ja nicht mehr das Problem, wenn es ja alles Münzen wären, dann muss ich ein bisschen darauf achten, wie sind die Zahlen da, damit ich nicht in so, aber das wäre heute alles kein Problem, also deshalb ist wirklich der einzigste freie Parameter im Gleichgewichtsgeld ist diese Löschungsrate, ja, und deshalb wollte ich hier mal kurz zeigen, kommt nachher nochmal wieder, die Löschungsrate ist also der Parameter, wenn wir das Gleichgewichtsgeld einführen, müssen wir uns gesellschaftlich genau über diese Löschungsrate, die kommt später nochmal zurück, also deshalb wichtig, diese Löschungsrate im Kopf zu behalten, das ist der Parameter, über der wir hier was steuern können, alles andere ist durch einen Algorithmus festgelegt, ja, also das ist wirklich ein Algorithmus, da könnte in der Zentralbank einfach eine Maschine stehen, die diesen Algorithmus macht und es kann auch transparent gemacht werden, nicht, dass sich da irgendjemand rum manipuliert oder sowas, also das könnte man einfach so machen, okay. Jetzt zurück zu unseren Kurven, das Geld, wir wollen es ja ausgehen, also wenn das Geld einfach nur da ist, wir benutzen es nicht, ist ja langweilig, Geld ausgeben heißt ja, es geht nach Minus, es geht runter, also hier habe ich eine Ausgabe, was passiert und steigt es ja wieder und es steigt ja auch, je tiefer es ist, umso steiler steigt es, hier oben steigt es ja weniger, das ist einfach dieser Algorithmus, es wird ja mehr abgezogen, wenn ich weiter oben bin im Kontostand, also das sind Ausgaben einfach und dann verhält sich das so, jetzt habe ich aber auch Einnahmen, das ist dann Sprung nach oben, Einnahme, Ausgabe, große Einnahme, so und jetzt ist spannend, jetzt bin ich durch diese Einnahme über diese Sättigungsbeträge, Trachter gesprungen, was passiert denn dann? Ja, dann wird natürlich mir mehr abgesagt, das Beispiel von vorhin, ich hätte 200.000 plötzlich dadurch auf meinem Konto, dann 1% von 200.000, sind 2.000, ich kriege aber nur 1.000, also mache ich einen Verlust von 1.000. Das passiert also dann, wenn ich in meinem Kontostand plötzlich hier oben bin, also wenn ich da anfange, versuche zu horten sozusagen, auf meinem Konto und das ist das Personenkonto, also es ist ja wie gesagt, jede natürliche Person bekommt es, so sind die Verhältnisse auf einem Personenkonto und ihr seht schon, das wirkt sozusagen scherenschließend, weil wenn ich wenig habe, dann kriege ich automatisch, es geht sozusagen, das System geht in Richtung dieser Sättigung, es zieht die Systemkraft, sage ich mal, einfach nur diese Spielregel, wirkt scherenschließend, dass sich alle in Richtung von dieser Mitte da, sozusagen von dieser Sättigung, die ist praktisch die Mitte in diesem System, wenn man so will. So, und jetzt gucken wir uns aber mal ein Firmenkonto an, Firmenkonto ist ja was, das sind ja mehrere Personen, die eine Firma bilden sozusagen, oder es ist eben eine juristische Person, keine natürliche, und da gibt es ja keine Geldschöpfung, weil diese Geldschöpfung bekommen nur die natürlichen Personen, die Menschen. Also das heißt, ich habe hier immer nur die Löschung, ich kriege hier Ausgabe, das ist eine Ausgabe, Ausgabe, und wenn ich nichts mache, dann sinkt es immer weiter. Hier habe ich mal wieder eine Einnahme, wenn ich nichts mache, sinkt es. Das heißt, auf Firmenkonten findet keine Geldschöpfung statt, sie sind nicht betroffen, und in gewisser Weise fördert es die Realwirtschaft, weil Firmen haben kein Interesse, einen hohen Kontostand hier zu haben. Also heute ist, jede Firma ist bestrebt, hohe Liquidität zu haben, weil klar, Liquidität ist immer, ich kann ja dann wieder was ausgeben, und so weiter. Das ist genau die Dienstleistung, die dann Banken machen müssten in Zukunft in diesem System. Eigentlich so, wie wir es heute auch denken, weil Kredite sind ja dann nur noch Geldverleih. Also es gibt ja keine Geldschöpfung über Kredit, sondern da ist es im Gleichgewichtsgeld, ist die Geldmenge ja vorgegeben, über die Köpfe und so weiter, und dann ist es wirklich, ich gebe das Geld weiter. Das heißt, du gibst es mir als Bank oder als Kreditvermittler oder so was, und ich muss jemanden suchen, der es gerade braucht. Und deshalb werden die Leute ihr Geld natürlich anlegen, weil sie irgendwie lernen, es gibt Leute, die wollen ein hohes Polster haben, die geben es nicht so schnell weg. Füchse werden sagen, okay, also wenn ich jetzt möglichst viel Rendite machen will, dann will ich gar nicht hier so weit in meinem persönlichen Kontostand hier nach oben kommen, weil ich kriege ja nicht mehr so viel, ich versuche es immer gleich wieder weiterzugeben. Aber da werden die Menschen unterschiedlich sein, ja? Also manche werden es so machen, andere werden es anders machen. Okay. So. Und spannend ist jetzt, gleichgewichtiger Geld ermöglicht Negativzins und negative Vermögensrediten, weil, jetzt ist nämlich folgende Überlegung, ich verliere, sage ich mal, 12 Prozent im Jahr, wenn ich es auf meinem Konto liegen lasse. Wenn ich jetzt jemanden gebe, der mir eine Rendite von minus 8 Prozent im Jahr verspricht, ist es für mich ein Gewinn. Also weniger Verlust, weil ein Gewinn. Also das heißt, es könnte jetzt spannend sein, dass wir plötzlich anfangen, gar nicht mehr das über den Staat organisieren zu müssen, dass Leute anfangen, Infrastruktur auch wie Kindergärten und Schulen, weil sie es einfach machen wollen, was die GS Bank ja schon macht. Ich will nicht nur nach Rendite fragen, sondern mein Geld sind, also was mache ich mit meinem Geld? Also dass die Menschen anfangen zu fragen, wo gebe ich es hin? Und dann kann es ja durchaus sinnvoll sein, ich habe sogar noch einen kleinen, also weniger Verlust, wenn ich es in die Schule gebe, weil sie vielleicht minus 8 Prozent, wie gesagt, einfach gegriffenes Beispiel, vielleicht hat eine Schule minus 20, minus 50, keine Ahnung. Aber ich will nur sagen, plötzlich werden Menschen auch anfangen, das zu machen. Und Hochrisikoanlagen wie heute geben möglicherweise eine positive Rendite, aber haben auch das Risiko, dass vielleicht gar nichts kommt. Also weil Risikokapital ist halt unsicher. Also ganz spannend, das heißt, wir hatten ja gesehen, der Umverteilungsparameter ist ja die Vermögensrendite. Das heißt, wenn durch so ein System eine mittlere Vermögensrendite von Null oder sogar eine negative realisiert wird, kommen wir zu einer Umverteilung. Und zwar zu einer, die nicht, die Reichen immer reicher macht, Rückverteilung dann im Prinzip. Beziehungsweise in diesem System haben wir ja gar nicht diese Hinweise. Wenn wir das jetzt mal denken, wir haben nur dieses Geld, das Geld ersetzt 1 zu 1, das Kreditgeld, dann gibt es ja auch diese Umverteilung nicht mehr, die wir vorhin hatten. Aber wir wissen es nicht. Es hängt auch von den Menschen ab, wie sie sich verhalten. Also es ist offen, aber zumindest das System lässt beides zu. Was ich jetzt hier nicht zeigen kann, die ich mitgebracht habe, um auch das nicht zu ausführlich zu machen, meiner Meinung nach, die Wachstumsfrage hängt da auch dran. Also ich habe die Hypothese, andere widersprechen mir da und ich kann es auch, ja, ich versuche so meine Argumente vorzubringen, dass eine negative Vermögensrendite, eine mittlere negative Vermögensrendite, eine schrumpfende Wirtschaft zeigt, eine, die Null ist, sozusagen, Steady State, also Gleichgewicht, und eine positive Vermögensrendite zu Wachstum führt. Ja, zumindest in der Geldmenge kann ich zeigen, ob das sozusagen mit der Realwirtschaft, kann man diskutieren, will ich heute nicht. Ich wollte nur sagen, da hängt auch diese Postwachstumsfrage dran. Also für mich ist es eigentlich dieses, dass uns sozusagen das Gleichgewichtgeld vom Wachstumszwang befreit. Ja, dass wir dann entscheiden können, wenn wir so viele Bedürfnisse haben und die Wirtschaft wachsen muss, weil wir so viel, dann kann sie wachsen, aber sie muss nicht. Und heute muss es immer wachsen, damit es uns nicht schlechter geht. Das ist ja total pervers. Okay. So, und jetzt nochmal die Löschungsrate, weil die ist ja so spannend. Jetzt habe ich mal was anderes gemacht, einfach rein, auch wieder hypothetische Zahlen. Jetzt sind hier unten in dem Fall wirklich Vermögen, Sortierung nicht nach Einkommen, sondern nach Vermögen und zwar nach einfach Geldvermögen in dem Fall, also hypothetische Zahlen. Und jetzt habe ich dieses, wo auch der Genie-Koeffizient ja mal abgebildet wird, nicht die Ziele, sondern ich summiere von dem Ärmsten zum Reichsten hier alle auf. Also hier sind sozusagen die Anteile der Personen sortiert nach Geldvermögen. Das heißt, hier ist keiner drin, hier habe ich dann die 10 Ärmsten aufsummiert, vom Ärmsten zum immer Reicheren sozusagen und hier sind alle drin. Das ist sozusagen der Auftrag hier und hier ist dann die Geldmenge bis 100% von 0. Und Gleichverteilung heißt, wenn alle genauso viel hätten, dann würde sich diese Gerade ergeben. Das heißt, je bauriger diese Kurve ist, desto höher ist die Ungleichverteilung. Das ist das, wo man auch diesen Genie-Koeffizienten rausdefiniert. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Aber was ich hier nur zeigen will, ist wie die Löschungsrate wirklich. Ich gebe jetzt hier mal so eine Anfangsverteilung, die halt ungleich ist. Ihr seht, am Anfang passiert kaum was. Die Leute haben alle so gut wie nichts. Und hier fängt es an und der Reichste ist ja hier, der kommt dann zu dem anderen dazu, aufaddiert. Der macht dann die Kurve immer steiler hier hinten, weil wir die Ungleichverteilung haben. Wie wirkt jetzt die Löschungsrate? Also wenn wir jetzt eine Löschungsrate haben, wie sieht es aus nach einem Jahr? Und wir haben hier mal 12% pro Jahr angenommen. Nach einem Jahr sieht diese Kurve, wenn sozusagen nur das Geld, wir betrachten jetzt nicht, was die Marktwirtschaft macht, also das eine tolle Geschichte. Sondern wie das Geld sich umverteilt, wenn der Markt nicht wirken würde. Dann seht ihr schon, wird es schon weniger bauchig. Am Ende vom Jahr 2 ist es die Grüne und so weiter. Und hier ist Jahr 5, sind wir hier. Das ist bei 12%. Wenn wir uns das jetzt mal angucken für 48% im Jahr, dann seht ihr, geht es viel schneller. Das heißt, diese Löschquote ist sowas auch, kann man sagen, vielleicht wieder Solidaritätsparameter. Also er wirkt sozusagen, je höher ich die Löschquote mache, umso schneller kommen wir in die Gleichverteilung. Also desto mehr wird mir mein eigener, im Markt erworbener Erfolg wieder genommen sozusagen. Also das ist die Leute, das ist die zentral. Und das ist dann die politische Frage, wie hoch ist die? Und jetzt nochmal bitte ganz kurz einfach mal die Überprüfung, Eignung für die Marktwirtschaft des Gleichgewichtsgeldes. Ja, also Eignung zur Selbstregulation, Unabhängigkeit der Geldstimmung von Angeboten und Nachfragen. Naja, es entsteht ja einfach so. Es ist total unabhängig von Angeboten. Einfach weil wir Menschen da sind, ist das Geld da. Wie beim Monopoly lustigerweise. Wir haben diese negative Rückkopplung, weil das ist genau das. Also ist schon mal Check, ja ist gegeben. Störungsfreie Zahlungsmittelzirkulation, kein langfristiges Aufstand und Abfließen bei einzelnen Marktheilnehmern. Ja, ist auch so. Tendiert ja immer Richtung Gleichverteilung und damit hältst du es auch immer im Fluss. Ist auch gegeben. Verteilungsneutralität, neutralität im Austausch. Naja, eigentlich nicht, weil es tendiert ja zu Gleichverteilung. Es ist nicht neutral, sondern es geht zur Gleichverteilung. Und deshalb würde ich so eine Marktwirtschaft auch solidarische Marktwirtschaft nennen. Es ist also sozusagen, das Gleichgewichtsgeld realisiert keine ideale Marktwirtschaft, sondern eine, also ich nenne es halt mal solidarische Marktwirtschaft. Chancengleicher Geldzugang, würde ich sagen, ja, weil jeder bekommt es jetzt unabhängig vom Eigentum. Natürlich, wenn ich dann mir vielleicht Geld leihen will, ist es vielleicht auch wieder eigentumsabhängig. Aber es ist jedenfalls, ich würde es schon sagen, gegeben, wir haben, erst mal kriegen alle das Gleiche. Ja? Okay, also es wäre schon mal viel marktwirtschaftlicher, dieses Geld. So, und jetzt müssen wir uns angucken, wir hatten ja dieses Basiseinkommen, also dieses, was wir da täglich bekommen, ja, wie hoch ist jetzt die Kaufkraft? Weil das ist ja entscheidend. Also, ich hatte ja gesagt, die Zahlen sind wie Schall und Rauch, was kriege ich dafür? Und das ist jetzt mal so eine Überlegung, wie könnte man das abschätzen? Und da habe ich mal, muss ich euch jetzt ein bisschen Mathematik zumuten? Ich bin halt Physiker. Ihr könnt auch das jetzt überlesen, wenn ihr wollt, weil die Aussagen sind entscheidend, ja? Aber ich habe es einfach mal gemacht, weil ich will einfach nur zeigen, das Gleichgewichtsgeld ist ja als Formel darstellbar und das ist ja viel einfacher zu überschauen als unser Kreditgeld. Das kann keiner in der Formel aufschreiben, ihr könnt es nachrechnen. Wie gesagt, das ist jetzt erstmal egal. Ich komme gleich zu den Aussagen, aber ich erkläre es nochmal ganz kurz, einfach nur, was ich gemacht habe. Ich erkläre es ganz kurz, weil es ist vielleicht auch ganz sinnvoll. Wir hatten ja gesagt, die Geldmengung, Gleichgewichtsgeld ist ja dieses, ja, diese Sättigung, ja, also das war dieses Basiseinkommen geteilt durch die Löschquote, mal der Anzahl aller teilnehmenden Personen. Das ist dann die Gesamtgeldmenge. Wenn man so in Endliche geht, ist das genau die maximale Geldmenge. Und dann gibt es hier diese Quantitätsgleichung. Die sagt eigentlich nichts anderes, als es eigentlich wie so eine Tautologie. Ich habe hier eine Geldmenge und eine Umlaufgeschwindigkeit des Geldes auf der einen Seite, in der Geldsphäre und auf der anderen Seite, auf der Warenseite, habe ich Preise und Transaktionen. Ja, das ist sozusagen das, was die Quantitätsgleichung aussagt. So, und jetzt habe ich einfach mal Folgendes gemacht. Ich habe jetzt einfach mal diese Geldmenge vom Gleichgewichtsgeld hier eingesetzt, ja, und dann umtransformiert in Richtung Kaufkraft des Basiseinkommens. Weil Basiseinkommen ist einfach dieses B, geteilt durch das Preisniveau. Das ist die Kaufkraft. Das ist einfach die Definition der Kaufkraft. Und dann seht ihr, wenn ich das einfach so umtransformiere, kommt raus, dass die Kaufkraft sozusagen ist einfach die Löschquote, geteilt durch die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes, mal der Transaktion pro Kopf. Das ist sozusagen das, was die Kaufkraft ist. Das heißt, wenn halt viele Transaktionen pro Kopf stattfinden, ist die Kaufkraft höher. Wenn die Löschquote höher ist, ist die Kaufkraft höher. Wenn die Umlaufgeschwindigkeit hoch ist, ist die Kaufquote des Geldes, ist die Kaufkraft geringer. Das heißt aber normalerweise, und da komme ich auf der nächsten Folie zu, ist es so, wenn ich viel Transaktionen habe, habe ich auch eine hohe Umlaufgeschwindigkeit, weil die Menschen ja viel miteinander im Austausch sind. So, wenn ich jetzt mal sage, wir hätten Preisstabilität, was auch nicht stimmt, weil in einem marktwirtschaftlichen System gehen Preise rauf und auch runter. Das ist ja das, was heute, wie der Teufel zwei, was wir scheuen, fallende Preise, also Preisniveau, fallendes Preisniveau. Scheuen wir. Die EZB hat die Aufgabe, das Preisniveau stabil zu halten, in Wirklichkeit zu steigern. Weil wenn ich 2% Inflationsrate als Ziel habe, dann heißt das, dass ich innerhalb von 36 Jahren eine Preisverdopplung habe. Also ist nicht stabil. Okay, wenn ich aber das hätte, also stabiles Preisniveau, dann ist dieser Term konstant, es bleibt nur noch die Löschquote übrig. Das heißt, hier sehen wir, die Kaufkraft des Basiseinkommens steigt mit der Löschquote. Das heißt, je höher diese Löschquote ist, das ist wie gesagt, dieser politische Parameter, der Solidaritätsparameter oder wie man auch noch nennen kann, der ist halt, also sozusagen das Grundeinkommen sozusagen wird, umso Kaufkraft, je höher die Löschquote ist. Ja? Und das habe ich jetzt nochmal aufgeschrieben. Also spannend ist, dass ein so, weil wir immer diskutieren, muss das Grundeinkommen steigen, wenn die Wirtschaft dann sich da die Preise verändern. Hier ist es intrinsisch in dem System so, dass sozusagen diese Kaufkraft gegenüber konjunktuellen Schwankungen halt stabil ist. Weil bei einer prosperierenden Wirtschaft haben wir eine hohe Umlaufgeschwindigkeit des Geldes, haben auch vier Transaktionen pro Kopf. Also das heißt, das steigt, aber das steigt auch und das gleicht sich dann wieder aus. Wenn wir eine, sage ich mal, Rezession haben, dann haben wir wenig Transaktionen pro Kopf, die Umlaufgeschwindigkeit geht zurück. Aber das heißt, also es muss ja nicht eins zu eins genauso, aber grob ist es so, ja, dass dann im Prinzip dadurch, dass das dann zurückgeht, weil das auch zurückgeht oder beides geht zurück, also das wird kleiner, dadurch wird das größer, das wird kleiner, gleicht es sich wieder aus. Das heißt, wir haben wirklich eine Robustheit der Kaufkraft des Basiseinkommens, ja. So, und letztendlich, das heißt hier, bei stabilen Preisen, hier gehen natürlich dann auch die Preise hoch und runter, wenn wir so eine damische Wirtschaft haben. Und bei stabilen Preisen ist halt wichtig zu sagen, dass die Löschungsrate sozusagen dieser Solidaritätsparameter genannt werden kann und der muss gesellschaftlich ausgehandelt werden, weil das ist sozusagen das, was die Kaufkraft steigert. Also je höher die Löschquote ist, umso höher ist die Kaufkraft des Basisinkommens. Die Löschungsrate, das gibt es ja eine ganz gute Forschung, wann eine die Welt ist, also nicht, wenn sie total gleich ist und auch nicht, wenn sie total ungleich ist. Ich weiß nicht, irgendwie kommt mir so eine Zahl von 20 Prozent Ungleichheit in den Kopf oder sowas. Also das gibt, das ist ja die Löschungsrate, muss das Ziel erreichen dann. Genau, es ist allerdings hier nur für das Geld, ja. Du kannst ja immer noch, was sich die Leute für Vermögenswerte kaufen und wie da die Ungleichheit im Realen dann ist, weil das ist jetzt alles nur aufs Geld bezogen. Wenn der eine, sage ich mal, immer nur konsumiert, also weiß ich, weil er einfach viele Reisen macht, der andere kauft sich Häuser, dann wirst du natürlich, was das Vermögen angeht, im Laufe der Zeit trotzdem so eine Ungleichheit haben können, ja. Oder der eine hat einfach einen richtigen Riecher bei seinen Investments und der andere nicht. Also das ist schon gegeben. Man muss vielleicht auch nochmal da über Erbschaften und sowas reden, weil reale Vermögenswerte werden ja auch vererbt, ne. Aber ich stimme dir zu, also beim Geld ist es dann erstmal so. Aber ich habe auch gleich noch eine Abschätzung dazu, ist nochmal spannend, so. Du, die Löschungsquote ist doch Geldentwertung, oder wie? Genau, richtig, ja. Es ist sozusagen das, das Rostende, was nominal verschwindet. Es wird jetzt nicht von Entwertung gesprochen, von Löschung. Ist das jetzt? Ja, ich spreche deshalb von Löschung, weil es wirklich gelöscht, also weil es wirklich dieses Geld verschwindet. Also es wird sozusagen im System wirklich rausgenommen. Also es ist wirklich so, wenn du die Geldmenge ansiehst, es kommt ja was dazu und es wird das gelöscht. Deshalb nenne ich es Löschungsquote. Das ist, ja. Aber du kannst dir so vorstellen, eine alte Geldeinheit wird nominal immer weniger und das kannst du als Schwund oder als Entwertung bezeichnen. Funktioniert denn Gleichgewichtsgeld überhaupt noch mit Bargeld? Ja, das kann ich, habe ich was mit. Das haben wir schon im Berliner gemacht. Das ist ein Beispiel, gib es gleich mal rum. Das hat der Thomas Seltenmann mal gemacht. Da hat er hier einen Barcode drauf gemacht und du hast Ablaufgeld. Das ist eine Möglichkeit, wie man es macht. Also es gibt sozusagen Ablaufdatum und gleich, wenn du dieses praktisch elektronische Gleichgewichtsgeld in Bargeld umtauscht, wird dir praktisch für die Gültigkeit der Prozentsatz gleich abgezogen. Also du zahlst sozusagen dann für den Zehner, je nachdem wie die Löschquote ist, elf oder sowas. Und dann kannst du ihn so lange verwenden, du kannst es an der Supermarktkasse, wo ja überall Laserscanner sind, kann dann der Wert gescannt werden und so weiß man oder die Gültigkeit gescannt werden. Ja, so muss man nicht kurz drauf gucken, was hier draufsteht, steht aber noch drauf. Das ist eine Möglichkeit, wie man Bargeld auch realisieren kann. Aber dann nur entscheidend nicht in Münzen. Richtig, aber Münzen kann man auch überlegen, ist so wenig vielleicht, wenn wir die Münzen, weil das ist ja schon aufwand. Du kannst auch beschränken, dass man sagt, man kann nur mit so und so viel Münzen maximal bezahlen und wenn du die Münzen horten wollen würdest, dann brauchst du irgendwann richtig, hast du wirklich Riesenlagerkosten, weil das ist dann... Ich hätte zur Beantwortung der Frage nach dem Geldwertverfall einen Hinweis. Dieses System, das Gleichgewichtsgeld, ist auch geeignet zur Selbstregulierung wegen der Preisstabilität. Also ich bin der Meinung, es ist genau nicht eine Geldentwertung, sondern es ist eine Abnahme der Geldmenge, sowohl insgesamt wie auch beim Einzelnen, der oberhalb der Grenze liegt. Okay, ja, das mit dem Ablaufdatum auf dem Schein habe ich nicht kapiert. Ich kenne das System von den Chiemgauern, wo... System mit Markengeld. Marken. Ja. Aber heißt es, dieser 10-Euro-Schein ist auf einen Schlag dann verfallen? Genau. Aber dann, also ich meine, ich bin im... Rücktauschgebühr. Dann kann, wenn er verfallen ist, kann er mit einer Rücktauschgebühr wieder, je nachdem, wie lange das her ist, kann er aktiviert beziehungsweise gegen einen neuen ausgetauscht werden. Und da die Euro-Scheine sowieso in einem bestimmten Zyklus ausgetauscht werden, weil die sich einfach verbrauchen, ihr kennt ja die alten Dinger, die werden ja wirklich regelmäßig rausgezogen, könnte man das auch so einstellen, dass es sozusagen dieser normalen Tauschzeit entspricht. Ich kenne drei Varianten, Schwundgeld in Schein zu realisieren. Ablaufgeld hatten wir beim Berliner, Regelgeld in Berlin, was wir nach Kiengauer Vorbild gemacht haben, haben wir auch gemacht. Ablaufgeld, weil es am einfachsten ist. Du hast keine Markenlogistik. Es gibt dieses Markengeld und dann gibt es noch Tabellengeld, das hat der Bremer Roland. Da ist das Problem, da ist eine Tabelle und da musst du mal gucken, wo sind wir jetzt gerade und so weiter. Also im Handling scheint mir Ablaufgeld, es scheint erstmal so ungerecht, weil ich habe dann den alten Schein, habe davon neueren hingegeben und so Sachen. Also da hast du auch ein bisschen diese Zufallskomponente drin, aber wenn man es sich mal überlegt, ist das wahrscheinlich von der Logistik her wirklich das Beste. Also das ist der Barcode? Der Barcode einschlüsselt nochmal dieses Gültigkeitsdatum. Das ist einfach die an der Kasse, weißt du, damit die nicht raufgucken muss, jetzt nochmal ist ein Zehner, ist wann gültig, sondern kann die das einfach rüberziehen, dann ist da drin, ist 10 Euro und hat den und den Wert. Also das ist einfach sozusagen, also ist die und die Gültigkeitsdauer. Weißt du, und dann kann die Kasse das auch ausrechnen. Dann könnte man sogar sagen, wenn der Schein schon uralt ist, der ist so und so viel drüber, wird so und so viel Prozent automatisch da am Wert reduziert. Das kann die Kasse alles wissen. Dann kannst du sogar noch ewig mit so einem alten Schein einkaufen, wenn man es so machen würde. Wie waren die drei Möglichkeiten? Ablaufgeld, Tabellengeld? Geld und Markengeld. Markengeld ist so das im Chiemgau, wo man sozusagen, um den Schein gültig zu halten, quartalsweise ist es bei denen, so eine Wertmarke kaufen muss, die man wieder raufklebt. Also das heißt, ich habe das Geld im Geldbeutel und kann eigentlich nicht wirklich sehen, wie viel das Wert ist, sondern müsste quasi jedes Mal ausrechnen. Müsstest du dann sozusagen. Ja, wobei du weißt, bis zu diesem Datum hätte dieser Schein, diesen Zehner. Also eigentlich wäre es praktisch so, bis zu diesem Datum da hat der Zehn, aber du kaufst ihn möglicherweise für L vorher. Okay. Damit er dann die Zehn behebt. Also quasi je nachdem, wie viel früher ich ihn kaufe. Aber wenn ich ihn dann gleich ausgebe, dann habe ich eigentlich Verlust gemacht. Ja, genau. Aber wie gesagt, das ist ja auch die Frage. Also ich finde es super, dass es noch Bargeld gibt. Wir haben in unserer Institutsgruppe auch ein paar Leute, die sich mit Kryptowährungen beschäftigen. Und man könnte relativ gut ein anonymes, digitales Bargeld auch schaffen, sodass wir vielleicht uns wirklich irgendwann mal vom Bargeld trennen. Ich finde es aber eigentlich gut, das Bargeld zu haben, weil es funktioniert bei Stromausfall. Es geht sehr schnell. Also ich bin eigentlich auch ein Bargeldfreund. Deshalb fände ich es schon schön, Bargeldlösung zu haben. Aber möglicherweise wird sich, sage ich mal, was ja jetzt schon bei der jungen Generation sowieso schon passiert, die sind leider ja nur so, sehen die Erscheinungsform, aber sehen nicht das dahinter. Das finde ich das Kritische. Die zahlen also mit diesem privaten Giralgeld, weil das Giralgeld ist ja privates Geld der Geschäftsbank und das gesetzliche Zahlungsmittel ist ja nun mal das Bargeld. Und deshalb finde ich das, das ist bei mir, schwingt bei mir immer mit, neben dieser Überwachungskiste. Und deshalb versuche ich, ich sage es öfter an der Kasse, ich zahle halt hier mit gesetzlichen Zahlungsmitteln und so. Es ist total pervers, weil das wir das gesetzliche Zahlungsmittel noch nicht mehr für das Steuerzahlen mehr verwenden können, weil die Finanzämter wollen auch Giralgeld überwenden. Es ist eigentlich total pervers. Und es gibt ja auch die Bargelderschaft, ich komme gleich nochmal zu, jetzt erst Baukir. Ich würde jetzt gerne wissen, wie sich das auswirkt, wenn sich die Anzahl der Personen ändert. Und ich würde gerne wissen, wie sich das auswirkt, wenn sich die Anzahl der Produkte oder die Produktivität in dieser Gesellschaft dann ändert. Okay, also das sind alles auf Spekulationen, weil wir auch nicht wissen, wie die Menschen sich verhalten. Die waren ja jetzt hier stabil angenommen. Genau, genau, das ist richtig. Ist ja nicht unbedingt wirklich. Genau, genau. Also wenn es jetzt mehr Menschen gibt, sage ich mal, dann steigen natürlich die Transaktionen pro Kopf, wenn du mehr in diese reinnimmst. Ganz klar, ja. Aber die Umlaufgeschwindigkeit steigt ja dann auch. Steigt ja auch die Geldmenge dann. Dann steigt auch die Geldmenge, richtig. Aber wahrscheinlich könnte es sogar einigermaßen, also ich meine, immer wenn es Schocks sind, wenn jetzt ganz viel plötzlich auf einmal kommt, ist die Wirtschaft vielleicht, aber die bringen ja etwas mit. Also wenn man sich so vorstellt, würden wir neue Volkswirtschaften aufnehmen vielleicht, die ja schon Produktions... Ich meinte jetzt einfach mehr Menschen oder weniger Menschen. Also im Sinne von... Es sind plötzlich viel weniger Menschen oder... Ach so, richtig mit sterben und geboren werden. Okay, okay, genau. Okay, okay. Natürlich haben wir dann hier Auswirkungen und was das genau heißt, hängt davon ab, was die Menschen hier machen. Das ist also wirklich schwer zu sagen. Aber Fakt ist, deshalb ist das, finde ich, es gibt auch so Umbuchungssysteme. Es gibt Umbuchungssysteme, die haben nicht die Löschung, sondern die haben immer eine feste Geldmenge. Also zum Beispiel... Wie in dem jetzt? Ich will das jetzt... dann ist das Geld nicht sofort weg, ja. Aber die Geldmenge durch diese Löschung, die du immer hast, ja, nimmt dann irgendwann wirklich diesen Wert an, feste Zahl pro Kopf. Und umgekehrt, wenn ganz viele geboren werden, dann baut sich die Geldmenge auf. Wenn du ein Umbuchungssystem hast, wie die BGE-Kreise vom... Ach, wie heißt der jetzt wieder? Dirk Schumacher. Danke. Da ist es so, er hat praktisch eine feste Geldmenge und bucht nur um. Da wäre es dann wirklich so, dass sich dann die Geldmenge pro Kopf verändert. Und das könnte dann auch wieder Auswirkungen auf die Preise haben. Deshalb, ich stimme dir zu, Schocks kann es geben, ja, auch da. Aber zumindest das Gleichgewichtsgeld stellt durch seinen Algorithmus immer ein, dass die Geldmenge stabil bleibt. Und das führt dann eigentlich bei festen Angebot-Nachfrage-Relationen auch zu stabilen Preisen. Also warum ist der Brotpreis denn jetzt doppelt so hoch wie vor 36 Jahren? Meiner Meinung nach hat sich dann von Angebot-Nachfrage und auch Produktionsmechanismen nicht so viel verändert, ja. Aber durch die Inflation, also das Mehr, was Geld im Markt ist, ist halt der Brotpreis gestiegen. Okay, also eine Änderung der Personen würde sich wieder einpennen. Genau. Ich rede die verstanden. Und was ist jetzt, wenn sich die Produktivität verändert? Das heißt, ja, dann fallen wahrscheinlich Preise. Also wenn die Produktivität steigern kann, dann wird es wahrscheinlich billiger werden. Dann ändern sich Preisniveaus. Es kann dazu führen, dass Preise fallen. Dann ändert sich auch die Kaufkraft. Und dann ändert sich die Kaufkraft, genau. Also es kann sozusagen sein, dass mein Leben dann billiger wird und dann alle weniger arbeiten müssen. Oder auch weniger arbeiten. Weil das ist ja auch spannend. Was passiert? Diese Frage beim Grundeinkommen. Wird mehr oder weniger gearbeitet? Beim Gleichgewichtsgeld kann ich sagen, das ist eine kollektive Entscheidung. Entweder, wenn dann die Kaufkraft zurückgeht, ja, also wenn immer weniger arbeiten und die Kaufkraft dadurch des Geldes sinkt, ja, also nicht nur das Basiseinkommen, sondern das Geldes insgesamt, weil die Preise einfach steigen werden, ja, wenn das Angebot wird weniger, Nachfrage bleibt, gleich steigen die Preise, ja, dann werde ich mich nicht darauf ausruhen können, dann muss ich wieder mehr arbeiten, ja, oder ich schränke mich im Konsumniveau ein. Das ist genau das, was ich mit Selbstregulation meine. Die gesamte Gruppe, das Kollektiv in der Volkswirtschaft, die ganzen Menschen kriegen ein Signal, merken, oh scheiße, die ganze Zeit konnte ich mir vom Basiseinkommen ja diesen Lebensstandard leisten, jetzt plötzlich geht es nicht mehr, weil ganz viele überlegt haben, nicht mehr zu arbeiten. Und dann werden Leute wieder anfangen zu arbeiten. Also für mich ist genau diese Frage, wird gearbeitet, ist hierdurch beantwortet, weil das entscheiden die Menschen einfach selber, wie sie es wollen. Ist es so, dann beantwortet es einigermaßen? Ja, also dann müsste man die Aussage auf der nächsten Folie, dass die Kaufkraft stabil bleibt, ein bisschen relativieren. Die bleibt nur dann stabil, wenn die Produktivität stabil bleibt. Die ist also abhängig davon, wie viel Wertschöpfung in der Gemeinschaft passiert. Also ich habe ja auch nur geschrieben, es ist robust, vielleicht kann man es noch besser formulieren. Es hat eine gewisse Robustheit, natürlich verändert sich da was. Aber ich bin ja gerne bereit, über Formulierungen, also schickt mir auch gerne Anmerkungen noch oder sowas. Ich nehme es gerne auf. Wie decken sich Asylanten und Flüchtlinge aus? Das ist die Zunahme der Personen, das habe ich schon gefragt. Das ist nur als Geburt getan. Das ist Zunahme, genau. Das ist Zunahme der Personen. Wenn die dann, also meiner Meinung nach, wenn Leute hierher kommen und dauerhaft hier bleiben, dann bringen die sich ja auch in den Wirtschaftsprozess ein. Also für mich ist ganz schlimm dieses Arbeitsverbot oder was es da gibt. Das ist total daneben. Also weil dann sind die einfach Teil dieser Volkswirtschaft und bringen sich ja auch ein. Also das heißt, es wird was passieren. Also insofern ist das offene System. Also wenn du hier bist und dieses Geld zum Konsum brauchst, dann kriegst du es auch. Und du bringst dich auch ein mit irgendwas. Die Geldmenge nicht mehr. Genau. Und es ist jetzt nicht so? Nö. Jetzt hängt es wirklich von den Krediten ab. Ich komme ja gleich nochmal. Wir machen mal kurz bitte weiter. Wir können ja noch frei diskutieren. Jetzt wollte ich mal abschätzen, wie hoch denn die Löschungsrate sein könnte. Und ich habe jetzt mal den folgenden Ansatz genommen. Ich habe jetzt mal gesagt, 12.000 Euro im Jahr. Also 1.000 pro Monat. Das ist ja dann meine Geldmenge, dieses M1, wenn ich das mit der Anzahl der Menschen multipliziere. Also zur Geldmenge M1 zählen das außerhalb des Banksektors zirkulierende Bargeld sowie die täglich fälligen Einlagen, Sichtanlagen von Nichtbanken. Also das heißt, das, was ihr auf eurem Girokonto habt. Die kurzfristig als uneingeschränkte Quise Bargeld umgewandelt werden können. Geldautomaten. Also ihr geht zum Geldautomaten, könnt euer Giraldgeld jederzeit in Bargeld umwandeln. Also das ist sozusagen das Geld, was jederzeit verfügt werden kann. In der Eurozone haben wir Dezember letzten Jahres 8,31 Millionen Euro gehabt. Wir haben rund 337 Millionen Einwohner in dieser Eurozone. So und wenn ich das jetzt ausrechne mit dieser Formel, dann kommen wir auf eine erforderliche Löschungsrate von eben knapp 50 Prozent. Aber das ist ja alles Annahme. Wenn wir sagen, die Kaufkraft in diesem Geld würde die Kaufkraft von 1.000 Euro der Kaufkraft von 1.000 Euro von heute entsprechen, bräuchten wir eine doch relativ hohe Löschungsrate von 50 Prozent, die wir wahrscheinlich gesellschaftlich nicht durchführen können, weil die Reichen dann sagen, oh scheiße, 50 Prozent im Jahr. Das ist ja heftig. Aber ihr seht da auch eine Transformationsfahrt. Man könnte jetzt sagen, wir führen so etwas ein und fangen erst mal mit 12 Prozent im Jahr an und dann merken wir, oh wir können uns ja trauen auf 20 zu gehen, was du gesagt hast. Wie fühlt es sich dann an? Und der Sozialstaat wird hier in dem System nicht abgeschafft, sondern er bleibt bestehen. Aber die Bedürftigkeit ist natürlich erst gegeben, wenn, sag ich mal, die Kaufkraft von diesem Basis kaum zu gering ist, dann kann ich zusätzliche Sozialleistungen beantragen. Und so könnte eine Transformationsfahrt sein, dass ich erst mal ganz sanft einsteige in das System und es dann steige. Ulrich. Reichen sich Ängstigen davon von dem hohen Prozentsatz? Sehe ich das Problem, dass sich das ja nur auf das Geldvermögen bezieht und ich würde erwarten, dass die Reichen da nicht großes Geldvermögen haben, sondern in Produktionsmittel oder sonst etwas. Ja, genau. Aber das ist total spannend, das ist total spannend, weil das erhöht sozusagen die Angebotsvielfalt, die du für das Gleichgewichtsgeld kaufen kannst. Also sie kommen ja da nicht raus. Also sozusagen sie kommen nur raus, wenn sie jetzt in Dollar oder in was anderes, wenn sie in Fremdwährung investieren würden, dann würden sie ja rauskommen. Aber wenn jetzt jemand dafür Mietswohnungen realisiert, dann muss er ja, um eine Rendite zu haben, sozusagen die auch vermieten. Und die Mietannahme ist wieder im Gleichgewichtsgeld. Das heißt, er kann sozusagen, und wenn er sich Gold hinlegt, dann hat das Gold, kann spekulieren auf steigende Goldpreise, kann er spekulieren, aber sie bringen ihm keine ständige Rendite. Also diese Preisspekulation kann ich machen. Da wir hier aber relativ stabile Preise wahrscheinlich haben werden, wird sich diese Spekulation, also am Anfang wird da wilde Sachen passieren, weil keiner weiß, es gibt keine Erfahrungswerte. Aber ich glaube, dass auch dieses Thema, wir müssen an die Boden fragen, also bin ich auch offen, oder was heißt offen, bin ich eigentlich der Meinung, Boden ist Gemeingut und nicht, also Besitz von Boden, ja, überpacht, aber nicht sozusagen Eigentum an Boden. Ist ja auch richtig. Aber ich glaube, schon hier passiert viel. Es passiert hier einfach viel. Und das Spannende, und da komme ich jetzt nochmal drauf, warum es hier einen Handlungsdruck gibt, von ganz anderer Seite, nämlich von der Geldseite, komme ich ganz kurz und dann bin ich auch gleich am Ende und dann können wir frei diskutieren. Geldpolitische Diskussion. Und das ist ganz spannend, es gibt sozusagen aus dem August letzten Jahres einen vom Währungsfonds, International Money Fund, das Working Paper 18-191 und da wird das Problem der Nullzinsgrenze durch das Bargeld adressiert. Also, das heißt, wir können eigentlich keine Zinssengung deutlich unter Null machen, weil dann würden die Menschen anfangen, würden ihr Bargeld in Schließfächer packen, ja. Der 500-Euro-Schein wird jetzt schon mal abgeschafft, damit wird es schon mal teurer, die Lagerkosten, das wird ja schon mal absichtlich gemacht, ja, da wird uns immer was erzählt mit Schwarzgeld und irgendwie Drogen und, ne, das sind ja mal diese Märchen, die da kommen, so. Hat ja sicher ein bisschen was dazu, ist aber nicht der Grund, ne. So, und dann haben wir auch schon die Diskussion um Abschaffung des Bargeldes, das gibt es ja auch schon alles. Aber da haben jetzt, glaube ich, alle gemerkt, zumindest in Deutschland, aber auch darüber hinaus, das werden die Menschen nicht mit sich machen lassen, ja. Und das ist aber ein Problem, weil wir machen ja nicht mehr Konjunkturpolitik, wie Keynes es vorgeschlagen hat, dass wir, wenn jetzt wieder eine Krise kommt, dass wir in öffentliche Infrastruktur gehen, also, weiß ich, Straßen reparieren, Schulden bauen und so weiter, sondern da haben wir ja diese Schuldenbremse erfunden, also ist es schwierig, da was zu machen, also machen wir es über die Geldpolitik. Und das ist ja diese Zinssenkung, die die EZB gemacht hat. Jetzt sind wir aber schon bei Null. Und die Erfahrungswerte historisch sind, zwei, drei Prozent muss man schon in so einer Rezession runtergehen mit dem Zinssatz. Das heißt, man muss auf minus zwei, minus drei Prozent und dann wird diese Bargeldgeschichte da passieren, ja. So, und deshalb schlägt hier, ein Riesenaufschrauch in Deutschland, schlägt hier dieses Papier, da ist übrigens einer der Autoren, ist Abteilungsleiterin der EZB, schlägt dieses Papier hier vor, Bargeld und Girald zu Parallelwährungen zu machen, mit einem Wechselkurs, einem Wechselkurs zwischen Bargeld und Girald mit dem Vorschlag, sozusagen das Bargeld jährlich abzuwerten entsprechend zum Girald-Geld, ja. Und das ist natürlich krass und da kommt natürlich ein Riesenaufschrei, da wird plötzlich das, aber für mich ist es jetzt eine super Steilvorlage, weil mein Vorschlag ist jetzt natürlich als möglicher Transformationspfad, wir ersetzen das Bargeld in der Eurozone durch gleichgewies Geld in Form von digitalem Bargeld und Geldschein in dieser Art da, ja, mit einem Basiseinkommen und ich gehe jetzt hier gleich schon mal hoch ran, also ich meine, wie gesagt, das ist jetzt eine Extremforderung, ne, also 1000 Bargeld-Euros, habe ich es jetzt mal genannt, ja, mit einer Löschungsrate von 4% im Monat, also 48 im Jahr, mit dynamischen Wechselkurs und Girald-Geld. Das heißt, da setzt keiner den Wechselkurs fest, sondern das macht die Wirtschaft. Also geht doch mal zum Bäcker und irgendwie wird der Bäcker ja irgendwas machen oder Siemens wird was machen oder VW oder sowas, ne, also wie da welches Geld wie viel Wert hat, das entscheidet dann der Markt und kurzfristig kann es sein, dass das Bargeld erstmal schlecht aussieht, aber langfristig bin ich mir sicher, weil das Girald-Geld ja sozusagen inflationär ist, weil es ja sozusagen immer nur zirkuliert, wenn immer mehr Geld erzeugt und die Geldmengesteigt ständig, aber beim Gleichgewichtsgeld ist es ja anders, dass die Geldmengere fix, also ich würde wetten, dass sozusagen über Laufe wird dieses Girald-Geld abwerten gegenüber diesem Gleichgewichtsgeld, ja, und insofern hätten wir jetzt, also erwartete Effekte wären für mich die langfristige Aufwertung des Bargelds gegenüber dem Girald-Geld aufgrund der Stabilität der Geldmenge und dem Vertrauen auch die staatlichen Institutionen, ja, weil letztendlich sozusagen, das andere sind private Geschäftsbanken, die können pleite gehen. Hier wäre es jetzt so, jeder hätte ein Konto bei der EZB, bisher haben wir nur Geschäftsbankenkonto bei den Zentralbanken und auf das wird ständig meine Guthabenbuchung gemacht, ja, das Basiseinkommen wird auf dieses Konto gebucht, dann kann ich mir auch Bargeld abheben und so weiter, ja, wir haben also plötzlich sozusagen ein Vollgeld in sozusagen staatlicher Hand und es gibt aber auch einen wirtschaftlichen Ausgleich, wir haben ja gestern darüber diskutiert, auch Europa, wie sollen wir es machen, getrennte Steuer, Sozialpolitik, ja, aber im Euro-Raum, wir haben eine gemeinsame Währung. Das heißt, es wäre zeitgleich in der Eurozone ein gleichzeitiges Einführung eines Grundeinkommens, ja, weil das ist ja schon unsere gemeinsame Währung und natürlich ist die Kaufkraft von diesem Geld dann in Italien oder in Portugal höher als in Deutschland möglicherweise und das führt zum wirtschaftlichen Ausgleich innerhalb der Eurozone und meiner Meinung nach wäre das sogar ein Rettungsprogramm für die EU, weil nämlich genau diese Scheren, die da aufgehen, könnten dadurch geschlossen werden, ja, aber darüber können wir gerne jetzt diskutieren, ja. Also da würde die Rückkopplung dann auch wirken quasi? Natürlich, weil es ist ja so, du kriegst die gleichen Tausend, ob du jetzt in Portugal, in Deutschland, in Belgien, genau, genau. So und letztendlich entsteht dadurch eine wirtschaftliche Sicherheit für die Bewohnerinnen in der Eurozone, weil es mit Tausend, also wenn wir diese hohe Löschung gleich durchsetzen könnten, natürlich, ist ja fraglich, aber dann hätten wir sogar ein existenzsicherndes Grundeinkommen auf einen Schlag in der Eurozone sozusagen und wie gesagt, wir haben gute Argumente, weil wir sagen können, ihr habt ein Problem mit der Nullzinsgrenze, ja, wir kommen euch jetzt entgegen, aber bitte nicht hier mit der kompletten Enteignung sozusagen, sondern wir wollen einen stabilen Wirtschaftsraum auch gegenüber argumentiert, gegenüber der Weltwirtschaft und so weiter. Also man kann da glaube ich super und endlich Marktwirtschaft, also es gibt da meiner Meinung nach so viele Positivargumente, die eigentlich von dieser Gegenseite, also ich bin halt gespannt, was da für Gegenargumente kommen, ja, also es gibt, nimmt ganz viel von dem auf, was da sowieso schon diskutiert wird und das finde ich spannend und ich sehe noch einen vierten zu erwartenden Effekt. Ich könnte mir vorstellen, dass mit diesem System die Schweiz eher bereit wäre, der EU beizutreten. Ah, okay. Kurzes Fazit. Also über den Konsum erfolgt durch eingepreiste positive Vermögensrenditen eine Umverteilung, die zu steigenden Vermögenskonzentrationen führt. Das war am Anfang, hatte ich das gezeigt. Und das herrschende Kreditschuldgeld ist für eine Marktwirtschaft ungeeignet. Das Gleichgewichtsgeld beinhaltet ein Grundeinkommen und ermöglicht Negativzinsen sowie negative Vermögensrenditen. Das Gleichgewichtsgeld könnte als Parallelwährung zum Giralgirte in der Eurozone das konventionelle Bargeld ablösen und mit Gleichgewichtsgeld kann eine solidarische Marktwirtschaft realisiert, die Finanz- und Eurokrise überwunden, sowie ein wirtschaftlicher Ausgleich sowohl zwischen Stadt und Land als auch zwischen Staaten in der Eurozone geschaffen werden. Weil das ist ja auch interessant. Gleiches Grundeinkommen natürlich im Ballungsraum wie in der Stadt, weil diese Konzentration ist ja nur durch diese Kreditwirtschaft entstanden und dass wir jetzt wieder sozusagen das in die Fläche und gewisse Ausgleiche hinkriegen, das ist ja meiner Meinung nach genau das Ziel. Also, ich danke euch und freue mich jetzt auch noch auf die anschließende Diskussion. Applaus und ich danke euch. Applaus